Was ist die Grundlage einer guten Partnerschaft? Woher wissen Sie, dass Sie diesem Partner vertrauen und sich auf ihn verlassen können, wenn Sie ihn brauchen? Egal wo Sie sind? Wenn es um Ihr Geschäft geht, würde es Ihnen helfen zu wissen, dass der Partner 100 Jahre Erfahrung hat und Qualitätsprodukte produziert, auf die sich Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen? Würde es eine Rolle spielen, wenn Sie wüssten, dass dieser Partner mit dem Gedanken gegründet wurde, dass Innovationen und Technologien Gemeinschaften nachhaltig unterstützen? Was wäre, wenn Sie bei jeder Zusammenarbeit mit diesem Partner neue Möglichkeiten kennenlernen, die Ihr Unternehmen voranbringen? Und am Ende des Tages wissen Sie, dass, egal welche Herausforderungen die Welt Ihnen heute bereitet, Ihr Partner mit Wissen und Unterstützung an Ihrer Seite ist. Seit einem Jahrhundert ist Komatsu genau dieser Partner. Unsere Wurzeln erstrecken sich bis zu einem dichten Wald in Japan. Dort befand sich für die umliegende Gemeinde einst eine wichtige Kupfermine. Aus diesem Wald und der Vorstellungskraft unseres Gründers wuchs ein globales Unternehmen mit einer uneingeschränkten Verpflichtung zu Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und der Partnerschaft, die Sie in die Lage versetzen, die Gesellschaft zu unterstützen. Heute wissen wir, dass die Lösung geschäftlicher Herausforderungen auch soziale Aufgaben einschließen muss. Können muss mit digitalen Daten kombiniert werden. Kreativität mit nachweisbaren Resultaten. Und wirtschaftlicher Erfolg mit sozialem Nutzen. Durch Zusammenarbeit können wir die Welt schaffen, die wir für zukünftige Generationen brauchen. Deshalb verlassen Sie sich auf Komatsu. Um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der Menschen, Unternehmen und unser Planet gemeinsam wachsen. Within 3 Jahren, wieder der Welt gibt es die Welt. Sie nicht wissen, dass die Welt werden, die man sehen kann. Wir haben dazu beiapor, was sie in die Welt gemacht hat. Das wäre gut, wenn man hier in Deutschland starts. Einige Aktivitäten, der Welt gelieckt.